Teil 4 Mittagessen Noah macht sich Sorgen, weil ich bin zu schüchtern, alle sehen mich an, wenn ich lese. Natürlich, sagt Maria, weil du derjenige bist, der liest. Die Klasse will hören, was du sagst, aber auch sehen, wer liest. Noah nickt. Ich verstehe, sagt er, aber ich bin manchmal immer noch schüchtern. Alle essen ihr Essen fertig und es ist Zeit zu gehen.